Grüß Gott auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz im Vorfeld von zwei Plenartagen des Nationalrats, die ja eine, ich möchte so sagen, relativ bewegte Vorgeschichte gehabt haben und ich werde auf diese Vorgeschichte noch eingehen. Aber weil es zeitlich so gut passt und weil es auch aktuell ist, möchte ich mit etwas anderem beginnen. Es findet ja, glaube ich, jetzt zeitgleich eine Pressekonferenz statt und zwar eine Pressekonferenz der Wirtschaftsministerin im Verbund mit dem neuen Arbeitsminister. Und ja, wir haben also gesehen, dass es nicht allzu lange gedauert hat, dass der neue Bundesminister quasi den Modus operandi der gesamten Bundesregierung übernommen hat und es vorzieht, zunächst einmal über Pressekonferenzen die Öffentlichkeit zu informieren und sich dann erst in weiterer Folge dem österreichischen Nationalrat zu stellen. Das ist unter Kurz eingerissen. Ich halte das für keinen guten Stil, aber bitte. Wir können allerdings, und das muss ich ihm zugestehen, beim neuen Arbeitsminister davon ausgehen, dass er aufgrund seiner wissenschaftlichen Karriere sehr genau weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und zwar nicht nur nach bestem Wissen und Gewissen, sondern natürlich auch unter Einhaltung sämtlicher wissenschaftlicher Standards. Wir können aber auch von etwas anderem ausgehen bei ihm. Und das ist, dass er wohl seine politische Stoßrichtung, die er ja schon bisher auch gehabt hat, in seiner politischen Arbeit zum Beispiel beim IHS beibehalten wird. Er ist also kein unbeschriebenes politisches Blatt. Und das war auch der Grund, warum ich sozusagen nicht in diesen Chor von Vorschusslorbeeren eingestimmt bin, als Klubobmann der Freiheitlichen Partei, weil ich glaube, dass es nicht um Höflichkeitsfloskeln geht, sondern es geht um die Bewertung von inhaltlichen Stoßrichtungen. Und da möchte ich ein bisschen was festhalten. Sie wissen, dass die Freiheitliche Partei gerade auch zuletzt wieder für den Erhalt der Hacklerpension gekämpft hat. Der neue Arbeitsminister, der ist gegen die Hacklerpension. Das ist also das ÖVP-Programm. Die Freiheitliche Partei setzt sich für eine Beibehaltung des gesetzlichen Pensionsantrittsäuters ein. Der neue Arbeitsminister ist für eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsäuters. Das ist das ÖVP-Programm. Die Freiheitliche Partei ist dafür, und da habe ich auch immer dafür gekämpft in meiner Zeit als Innenminister, dass es keinen Zugang für Asylwerber zum österreichischen Arbeitsmarkt gibt, weil sonst können wir uns das Asylverfahren sparen. Der neue Arbeitsminister hat hier eine andere Position und möchte den Arbeitsmarkt für Asylwerber leichter zugänglich machen. Und Sie wissen auch, dass die Freiheitliche Partei für die Erhöhung des Arbeitslosengeldes jetzt in dieser Krise kämpft und sich stark macht, auch im Parlament. Und der neue Arbeitsminister ist dagegen. Er hat die ÖVP-Position und hat ja gestern auch in einem Interview in der ZIB 2 gesagt, dass das jetzt für ihn nicht in Frage kommt. Ich sage das deshalb, weil ich in den oberösterreichischen Nachrichten etwas gelesen habe, was man als Kritik in meine Richtung ausgelegt hat von Seiten des Klubobmanns, der Freiheitlichen Partei im oberösterreichischen Landtag. Also ich bin davon überzeugt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass der FPÖ-Klubobmann im oberösterreichischen Landtag freiheitliche Politik macht und nicht ÖVP-Politik. Das möchte ich hier nur dazu sagen. Ja, der neue Minister ist also sehr, sehr schnell im Modus operandi der Bundesregierung kurz zwei angekommen. Das schaut ja in etwa so aus, dass der Medienauftritt dort für die Minister als Arbeitsnachweis gilt, dass man Regieren um allerliebsten tut in Form von Interviews und von Inseraten. Und dass dort, wo man sich mit dem Parlament auseinandersetzt, ein gewisser Widerwille zu bemerken ist. Das muss alles möglichst kurz sein. Das muss alles sozusagen nach der Methode Frissvogel oder Stirb ablaufen. Das ist das, was wir vom Kabinett kurz zwei gewohnt sind. Je weniger Parlament, desto besser. Und in der Tonart geht es ja auch dahin im Zusammenhang mit den Novellen des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die jetzt in den kommenden beiden Tagen debattiert werden. Ich freue mich, dass ich heute die Pressekonferenz gemeinsam mit unserem Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak, der ja auch Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Parlament ist, machen darf. Weil ihm ist zu gratulieren, dass es ihm gelungen ist, dem parlamentsunwilligen Gesundheitsminister Anschober einen Termin für einen Gesundheitsausschuss herauszureißen, möchte ich fast sagen. Das war ja eine Steißgeburt. Der Herr Anschober hat ja erst vorgehabt, im März wieder einen Gesundheitsausschuss zu machen. Für so notwendig hält er das Parlament. Gott sei Dank hast du dich durchsetzen können. Und es wird, glaube ich, heute noch einen Ausschuss geben. Du wirst da nicht darüber berichten. Aber auch hier haben wir leider eine Situation, dass die Begutachtung zu kurz ist. Und das ist auch unser Wunsch, dass nämlich auch Experten in diesem Ausschuss gehört werden zu diesen weitreichenden Eingriffen, die da geplant werden, dass dem nicht nachgekommen wird. Das ist also diese Form der Parlamentsverweigerung. Und da kann sich der Minister auch nicht ausreden auf irgendwelche Privatrunden, die er dann veranstaltet, wo er Klub-Obleute oder ähnlich einlädt, seine politischen Dapper-Partys, die kann er sich sparen. Er soll sich einen ordentlichen, entsprechenden parlamentarischen Gesetzgebungsprozess auch unterwerfen, der diesen Namen verdient. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die bewegte Vorgeschichte zu diesen beiden Gesetzesnovellen. Sie können sich an den Shitstorm erinnern, den es gegeben hat am Jahreswechsel, wo die Regierung ja versucht hat, still, heimlich, ich möchte fast sagen heimtückisch, irgendwie so zwischen der dunklen Silvesternacht und dem Nebel des Neujahrstages, hier Gesetze auf den Weg zu bringen, die in Wahrheit ganz massive Eingriffe einmal mehr in die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Bevölkerung bedeuten. Und man hat offenbar geglaubt, dass man mit dieser kurzen Begutachtungsfrist, das ist ja in Wahrheit eine Verhöhnung des Parlaments, eine Verhöhnung aller derer, die man in diesen Gesetzgebungsprozess einbinden sollte, dass man sich damit sozusagen durchschwindeln kann und irgendwie im Zusammenhang mit dem sogenannten Freitesten für vollendete Tatsachen sorgen kann. Aus meiner Sicht hat die Regierung damit eine rote Linie überschritten. Sie hat den Parlament ausgerichtet und sie hat in Wahrheit wesentlichen Institutionen dieses Landes und auch der Bevölkerung ausgerichtet, ihr könnt es uns alle einmal. Wir machen das, was wir wollen. Aber Gott sei Dank ist man damit nicht durchgekommen. Warum hat man das überhaupt probiert? Ich glaube, dass den Herrschaften, vor allem auch in der ÖVP, schon klar gewesen ist, dass sie mit diesem schönfärberischen Begriff des Freitestens nicht durchkommen werden. Weil jeder, der einmal genauer hinschaut, sofort weiß, dass das mit Freiwilligkeit nichts zu tun hat, sondern dass es sich dabei um eine Zwangsmaßnahme und um nichts anderes handelt. Und da steckt ja auch im Wort Freitesten drin. Weil was ist das Gegenteil vom Freitesten? Das ist das Verbleiben in der Unfreiheit. Also da ist ja ohnehin ein Lapsus passiert, weil der Begriff auch selbsterklärend ist. Und der Widerstand gegen dieses Gesetz war auch deshalb, oder gegen diese Vorgangsweise und gegen diesen Begriff und gegen diese Novellen war auch deshalb so groß, weil auch jedem Österreicher klar ist, dass die zweite Stufe nach diesen Zwangstestungen die Zwangsimpfungen sein werden. Das ist ja der Fahrplan, den die Regierung eingeschlagen hat. Und der Protest von so vielen Menschen hat dann auch dazu geführt, dass wir eine Mehrheit für den Bundesrat hatten. Gemeinsam mit der SPÖ und mit den NEOS, die gesagt haben, da machen wir auch nicht mit, das geht jetzt zu weit. Wir blockieren das im Bundesrat und wir verhindern es damit de facto. Und jetzt ist eine neue Situation eingetreten. Jetzt heißt es nicht mehr Freitesten, sondern jetzt heißt es Eintrittstesten oder Reintesten. Und plötzlich ist die SPÖ ganz begeistert. Also die SPÖ geht hier einem Etikettenschwindel auf den Leim, weil im Grunde genommen der Inhalt der vollkommen gleiche geblieben ist. Ich finde den Begriff Reintesten, der ist ja fast noch schlimmer. Weil was ist das Gegenteil von rein? Das eine Mal ist es sozusagen draußen bleiben, aber von rein ist auch das Gegenteil unsauber, schmutzig, dreckig. Da hat Ihnen die Sprache sozusagen wieder einen Streich gespielt. Ja, die SPÖ ist plötzlich ganz begeistert, obwohl der Inhalt ein und derselbe ist. Nämlich eine massive Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte. Und das, was jetzt mit diesen Gesetzesnovellen passiert, ist in Wahrheit eine Art Beweislastumkehr im Gesundheitsbereich. Die Regierung stellt die österreichische Bevölkerung gegen jede medizinische Evidenz unter den Generalverdacht, dass alle virenverseuchte Gefährder sind. Das ist die Generalannahme. Und die österreichische Bevölkerung hat jetzt in relativ kurzen Abständen immer zu beweisen, dass das nicht so ist, dass ich doch tatsächlich auch gesund bin. Und wenn ich diesen Nachweis meiner Gesundheit nicht erbringe, dann bin ich von bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens de facto ausgeschlossen. Das ist genau eine Zweiklassengesellschaft im Corona-Bereich, die hier etabliert wird. Und das ist auch der Grund, warum ich im Zusammenhang damit immer von einer Testapartheit gesprochen habe. Weil etwas anderes ist es ja nicht. Dann kommt noch etwas dazu. Die gesetzlichen Regelungen, die jetzt getroffen werden, geben dem Gesundheitsminister ein unglaublich weites Feld, um mit Verordnungsermächtigungen innerhalb quasi dieses gesetzlichen Rahmens vorzugehen. Und damit bekommt genau derjenige Mann wiederum die Möglichkeit, Verordnungen zu erlassen, dessen Verordnungen in der Vergangenheit alle spektakulär vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert sind. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja ein Wahnsinn. Dem Herrn Anschober oder die Qualität der Verordnungen des Herrn Anschobers in logistischer Hinsicht, das ist genau die gleiche wie die Qualität unter Anführungszeichen der Frau Aschbacher in akademischer Hinsicht. Da können Sie eine Parallelverschiebung vornehmen. Und dieser Mann bekommt jetzt de facto einen Freifahrtschein ausgestellt und da spielen wir Freiheitliche nicht mit. Es geht um drei große Punkte in dem Entwurf. Das erste ist das Eintrittstesten oder das Freitesten für Besucher von Veranstaltungen. Der zweite große Bereich ist Eintritts- oder Freitesten für Kunden, Besucher oder Gäste von Betriebsstätten. Und der dritte große Bereich, das ist das Eintritts- oder Freitesten für Arbeitnehmer. Ausgenommen von dieser Zwangsmaßnahme ist auch interessant, sind Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben und zwar maximal drei Monate lang. Also wenn jemand das gehabt hat, dann gilt maximal drei Monate nach überstandener Corona-Infektion gelten diese Zwangstests nicht. Das ist deswegen interessant, weil es frei von jeder medizinischen Evidenz ist. Der Gesundheitsminister kann nicht erklären, wie er auf diese drei Monate kommt. Das ist auch völlig widersinnig. Ich darf in dem Zusammenhang nur auf ganz aktuelle Studien der Universität Innsbruck verweisen, wo festgestellt wurde, dass Leute, auch diejenigen, die kaum Symptome gehabt haben oder leichte Symptome gehabt haben, eine ganz stabile Immunität für mindestens neun Monate haben. Das ist der jetzige Stand. Vielleicht sogar noch länger, vielleicht sogar überhaupt dauernd anhaltend. Also wie man auf diese drei Monate kommt, das kann niemand nachvollziehen, außer man geht davon aus, dass man unbedingt diese Tests an den Endverbraucher bringen will, die man um überteuertes Geld eingekauft hat. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, meine sehr geehrten Damen und Herren, warum das Ganze so brandgefährlich ist. Das eine bezieht sich auf den Bereich des Epidemiegesetzes. Sie wissen, das Epidemiegesetz ist jener Teil, der das Reintesten, also die Zwangstests im Zusammenhang mit Veranstaltungen regelt. Und ursprünglich war das ja so aufgesetzt, dass unter Veranstaltungen tatsächlich die klassischen Großveranstaltungen gemeint gewesen sind, die man halt so kennt, ein Konzert oder ähnliches. Aber die Regierung hat sich in der Zwischenzeit ja so weit getrieben durch eine Pervertierung des Veranstaltungsbegriffs, dass jedes Zusammentreffen von Personen auch im privaten Bereich als Veranstaltung eingestuft wird. Das ist das große Problem dabei. Wir sind also bei Privatfeiern, wir sind zum Beispiel bei Hochzeiten, wir sind bei Geburtstagen. Und für alle diese Bereiche kann jetzt dieser Testzwang zum Einsatz kommen. Das heißt also, derjenige, der eine private Geburtstagsfeier macht, ist dann quasi der Veranstalter. Den Veranstalter trifft dann die volle Verantwortung quasi der Kontrolle dieser Tests, auch eine mögliche Haftung. Und die Behörde hat gleichzeitig die Möglichkeit, die Gesundheitsbehörde sozusagen an der Örtlichkeit der Veranstaltung nachschau zu halten. Und da sind wir mittendrin im privaten Bereich, weil nämlich der private Bereich mit Ausnahme des unmittelbaren Wohnbereichs nicht von dieser Kontrolle ausgenommen ist. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Garage so etwas machen, wenn Sie irgendwas im Gartenhäusel machen oder im Kellerstüberl, dann wird hier die Möglichkeit für den Gesundheitsminister geschaffen, mittels Verordnung genau seine Zwangstests in diesem Zusammenhang zur Anwendung zu bringen. Na, das ist interessant. Also der Kindergeburtstag, wo dann der eigene Sohn oder die eigene Tochter zu den anderen Kindern geht, zu einer anderen Familie, dann müssen dann die Eltern einen Test machen, damit sie das Kind dorthin begleiten dürfen. Und derjenige, der einladt, steht in der Verantwortung, hier eine entsprechende Identitätskontrolle und einen Testnachweis durchzuführen. Soweit haben wir es gebraucht mit der Gesundheitspolitik dieser Bundesregierung. Und das ist deswegen so bedrohlich, weil Sie müssen immer einen Schritt weiter denken und nur das Wort Test durch das Wort Impfen ersetzen. Dann sind Sie dort, wo die Regierung wirklich hin will. Und dort war ja Karl-Heinz Kopf verräterisch, der gesagt hat, es wird jetzt in Österreich so lange getestet, bis eine flächendeckende Impfung durch ist. Und eine flächendeckende Impfung werden Sie in Österreich nur zustande bringen, wenn Sie einen Impfzwang einführen, der jetzt dementiert wird. Das ist also der erste problematische Bereich, dieses Eindringen in den Privatbereich über den Hebel des Veranstaltungsbegriffs, der pervertiert wurde. Und das Zweite, das ist der Bereich nach dem Covid-Maßnahmengesetz. Und jetzt ist es ein bisschen fachchinesisch, aber das ist leider so. Da geht es um Gäste, Kunden und Besucher, denen durch Verordnung das Betreten oder Befahren von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Das sind also Friseure, das sind Geschäfte, das ist eine Tankstelle zum Beispiel. Oder das Betreten und das Befahren von Arbeitsorten oder nur bestimmten Arbeitsorten, das wäre zum Beispiel ein Büro. Oder das Betreten oder das Befahren von bestimmten Orten, das wäre zum Beispiel ein Zoo, ein Tiergarten, bei denen es zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, nur dann erlaubt werden kann, wenn ein negativer Test vorliegt. Da reden wir wahrscheinlich von dieser 48-Stunden-Regel. 48 Stunden hat dann ein solcher Test. Gültigkeit medizinisch auch sinnlos, wie wir wissen, weil er in Wahrheit nur ein paar Stunden überhaupt irgendeine Aussagekraft hat. Und jetzt wieder ergänzen Sie oder ersetzen Sie das Wort Test durch Impfung und Sie wissen, wohin die Reise geht. Und wenn Sie sich diese Formulierungen jetzt anhören, dann merken Sie, dass eigentlich eine völlige Unklarheit damit besteht. Da sind viel mehr Fragen offen, als dass damit geklärt werden. Was bitte ist eine länger andauernde Interaktion? Wie lange dauert eine länger andauernde Interaktion? 10 Minuten? 20 Minuten? Eine Stunde? Was ist damit gemeint? Kein Mensch kann das bis dato sagen. Für welche Betriebsstätten wird das jetzt wirklich gelten? Laut der Erläuterung soll ja der Handel ausgenommen sein, weil es dort nicht zu einer länger andauernden Interaktion kommt. Aber wo wird hier die Grenze gezogen? Was ist zum Beispiel mit einem Shoppingcenter, wo sich ja die Leute länger dann auch aufhalten? Alles das ist unklar. Welche Regelungen gelten zum Beispiel für körpernahe Dienstleistungen? Zum Beispiel beim Friseur. Wie schaut das dort aus? Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern, wo das im Normalfall nicht so lange dauert, wenn man sich die Haare schneit? Wie bei einer Frau, die sich vielleicht eine Dauerwelle machen lässt und die Haare färben? Alles völlig unklar. Wie schaut es im Bereich der Fitnessstudios zum Beispiel aus? Keine Antwort von Seiten der Bundesregierung. Wer ist tatsächlich dann verpflichtet, diese Tests zu kontrollieren? Wer ist das? Wer wird das machen? Wer trägt die Verantwortung für ein fehlendes oder für ein veraltetes Testergebnis? Alles völlig im Unklaren. Wie schaut es bei Beherbergungsbetrieben aus? Muss man dann alle 48 Stunden wieder einen neuen Test vorweisen? Ich denke zum Beispiel an diese Montagetrupps, die da ja teilweise aus den Bundesländern kommen, dann in einem Beherbergungsbetrieb unter der Woche untergebracht sind und dann auf einer Baustelle arbeiten, müssen die jetzt dann alle 48 Stunden wieder einen entsprechenden Test machen. Und wo machen sie denn? Alles das ist völlig unklar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist das, was uns so ärgert. Ich glaube, dass diese Unklarheit kein Betriebsunfall ist, sondern das ist einfach der Versuch einer Bundesregierung, die ja nicht einmal beim Lockdown genau sagen kann, welche Zahlen erreicht sein müssen, damit er fortgesetzt oder eben beendet wird, sich einen möglichst großen Ermessensspielraum zu halten. Das ist der Versuch. Also einfach das eigene Betätigungsfeld möglichst weit auszudehnen. Und das ist aber genau das Gegenteil von Planbarkeit. Es ist das Gegenteil von Sicherheit. Es ist das Gegenteil von Logik, von Hausverstand und von Nachvollziehbarkeit, den es genau brauchen würde. Und da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn der Unmut in der Bevölkerung wächst. Wenn die Leute ihrem Unmut auch Luft machen. Wenn es dann zu Demonstrationen kommt, wenn die Leute auf die Straße gehen und sich zu Recht über diesen ganzen Wahnsinn auch beschweren. Und dann kommt die Gegenreaktion der Bundesregierung. Dann bezeichnet man die Leute zunächst als Aluhutträger, als Idioten. Und das steigert sich dann immer mehr, weil jetzt haben wir dann schon einen Punkt erreicht, wo sie in Wahrheit als Staatsgefährder denunziert werden. Von Seiten von Vertretern der österreichischen Bundesregierung, wo ein Polizeipräsident oder Polizeidirektor, heißt das in Oberösterreich, sich dazu versteigt, diese Leute als Mob zu bezeichnen. Wo in Deutschland von Corona, RAF und ähnlichen Dingen die Rede ist. Wo man also bei einem Punkt angekommen ist, wo ich wirklich glaube, dass diejenigen, die das betreiben, von allen guten Geistern verlassen sind. Und da habe ich mich heute unglaublich geärgert darüber, als ich einen Brief vom Herrn Sobotka bekommen habe, wo er sich an die Abgeordneten, an die Klub-Obleute wendet. Und wo er aus meiner Sicht den skandalösen Versuch unternimmt, die Ereignisse rund um das Kapitol in den USA dafür zu missbrauchen, um Regierungskritiker in Sachen Corona in Österreich zu kriminalisieren. Das ist genau das, was er in diesem Brief macht. Es ist einfach ungeheuerlich, anders kann man das nicht bezeichnen, diese friedlichen Demonstranten hier in einen Topf zu werfen mit den Ereignissen in den USA. Und wenn ich da drinnen lese, dass der Herr Präsident davor warnt, dass demokratische Institutionen in Österreich beschädigt werden, wenn er davor warnt, dass es zur bewussten Verbreitung von Falschinformationen kommt, ja dann sage ich Ihnen eines, das betrifft nicht die Leute, die friedlich ihren Protest auf der Straße zum Ausdruck bringen oder eine Opposition, die zu Recht Kritik an diesen Maßnahmen übt, sondern das ist eine Kritik, die sich in Wahrheit gegen die Bundesregierung richtet. Damit kann man genauso gut die Bundesregierung adressieren. Beschädigung demokratischer Institutionen, das passiert nämlich genau, wenn ich eine solche Schnellschussbegutachtung mache und wenn ich von einer Verbreitung von Falschinformationen rede, naja, da gibt es Beispiele genug. Um nur eines zu nennen, das Prominenteste, das Ausschließen eines Lockdowns durch den Gesundheitsminister zu einem Zeitpunkt, wo der Lockdown längst vorbereitet gewesen ist. Das war die berühmte Entenfarm des Herrn Anschober. Also das ist wirklich skandalös, was sich der Herr Nationalratspräsident hier herausnimmt. Ich habe mich nur über eine Passage in dem Brief gefreut. Er sagt da drinnen, dass er einen störungsfreien parlamentarischen Betrieb sicherstellen will. Naja, das ist ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, das gilt dann auch für das Rednerpult. Ja, ich würde gern einmal störungsfrei eine Rede im Nationalrat halten, ohne dass mir der Herr Nationalratspräsident in den Rücken fällt. Vielleicht schaffen wir das in den kommenden beiden Tagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was die Regierung jetzt unter neuem Namen vorlegt, ist und bleibt der gleiche Zwang wie das, was sie zurückgezogen hat. Es ist einfach ein unbrauchbares Produkt umetikettiert worden und neu in die Auslage gestellt worden. Wir Freiheitliche werden dem unseren Widerstand entgegenbringen und natürlich nicht zustimmen. Das ist ja vollkommen klar, weil hier eine Zweiklassengesellschaft geschaffen wird, weil hier Gesundheitsapartheid betrieben wird, in Wahrheit in Österreich. Was wir wollen, ist ein Ende des Lockdowns, selbstverständlich und im Zusammenhang mit Tests und Impfungen nichts anderes als ein System der Freiwilligkeit. Ich glaube, das ist eigentlich das Modell, das in einer Demokratie das Präferierte sein soll. Und ich weiß nicht, welcher Teufel die SPÖ reitet. Kommen wir damit schon zum Abschluss. Aber da muss man sich fast fremdschämen für den Unfaller, der hier einmal mehr von Seiten der Sozialdemokratie passiert ist. Ich glaube, die Frau Parteivorsitzende Randy Wagner hat den Namen falsch interpretiert. Eintrittstest. Sie hat wahrscheinlich gemeint, dass wenn man dem zustimmt, ist das dann der Eintritt für sie in die Bundesregierung als Gesundheitsministerin. Ich sage das deshalb, weil mich im Vorfeld dieser Pressekonferenz führende Sozialdemokraten kontaktiert haben mit der Bitte, das heute hier zu artikulieren, weil sie es selber nicht dürfen. Weil es ist ein offenes Geheimnis, dass es engste Kontakte gibt zwischen Bundeskanzler Kurz und der Frau Randy Wagner. Das geht weit über den Normaten.